Waren Sie schon mal in der Bibliothek des Aargauer Kunsthauses? Da sind Ihnen die grossformatigen Ölbilder von Thomas Huber vielleicht schon aufgefallen. Dieses Bild heisst Lesesaal. Es gehört zur Werkserie, die 2003 entstand, als der neue Anbau des Kunsthauses eröffnet wurde und eine Bibliothek gehalten hat. Passend dazu hat Thomas Huber diese Werkserie und auch ein Raumkonzept geschaffen. Statt mit Bücherregalen hat der Künstler die Gemälde mit geheimnisvollen überdimensionalen Gefässen bestückt. Diese Vasen funktionieren wie ein Reservoir für die Eindrücke und Erinnerungen, die Sie vielleicht während eines Ausstellungsbesuchs gesammelt haben. Neugierig? In der Führung, Bild des Monats jeden Dienstagmittag im November, stellen wir das Werk Lesesaal und die Huber Bibliothek vor. Untertitelung des Monats jeden Dienstagmittag im November,